Es ist der 29. Dezember 2017, hier ist der Sendegarten, hier hat die Stimme von Martin Witzler und wir haben uns erneut an diesem dritten Tag des R34C3 zusammengesetzt, um ein bisschen über den Chaos Communication Kongress zu sprechen. Das haben wir vorgestern und gestern auch schon getan. Vorgestern unter dem Motto Infrastruktur, also wo sind wir hier eigentlich und warum und wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das Sendezentrum in diesem Jahr. Gestern haben wir über das Motto gesprochen, Tubert und heute machen wir ein bisschen eine Buchstüte auf und schauen einfach mal, was hier so auf dem Kongress geschehen ist. Auch so ein bisschen mit der Idee, schon ein vorsichtiges Fazit zu ziehen. Nach dem dritten Tag kann man ja schon mal so ein bisschen gucken, was hat man denn eigentlich erlebt. Und das Motto ist so ein bisschen das Querdenken, denn es wird uns hier leicht gemacht. Wir sind in der sogenannten Silent Area. Wie man aber unschwer am Hintergrundgeräusch hört, ist es hier alles andere als Silent. Was es nicht gibt, sind PA-Anlagen, also keine Lautsprecherboxen, jedenfalls keine fest installierten. Gelegentlich fährt irgendwas Mobiles hier vorbei, das kann also auch gleich nochmal passieren. Die Podcasterinnen und Podcaster, die natürlich Lautsprecher sind, die nach außen gehen in eine Silent Area zu packen, das klingt ein bisschen nach einem Hirnverdreher. Und das ist vielleicht nicht der einzige Hirnverdreher heute, denn das ist ja, was den Kongress so mit ausmacht. Wir wollen da so ein bisschen drüber reden, heute etwa eine Stunde lang. Und wenn ich wieder sage, dann meine ich natürlich meine lieben Sendegärtner. Sebastian wäre hier, wenn er ein Mikrofon hätte, aber wir haben leider keins mehr übrig. Deswegen ist der Lars hier. Hallo Lars, guten Abend. Guten Abend allerseits. Er muss auch schon mein Mikrofon nehmen, denn wir haben halt wirklich wieder gestern eine relativ große Runde. Und neben dir steht die Becci. Hallo, guten Abend Becci. Hallo. Dann kommt der Roddy. Guten Abend. Und dann steht mir gegenüber Nikolaus. Glück auf. Glück Björn sitzt zu seiner linken, rechten, wie auch immer. Linken. Linken. Ahoi. Ahoi. Aus dem hohen Norden. Und aus dem eher tiefen Süden an meiner Seite Hans-Stefan. Hallo Stefan. Guten Abend. Ich höre mir jetzt fast gar nicht. Warum? Kannst du es nochmal wiederholen? Guten Abend. Ja, du brauchst ein bisschen mehr Bums hier. Klar. Okay. Der 34c3 ist ein Techniktreffen, aber das Gefühl kommt ja hier nicht zu kurz. Gerade der Esprit, dass die Menschen zusammenkommen. Heute gab es einen besonders gefühlvollen Moment, der mich zumindest emotional ziemlich aus den Socken gehauen hat. Auf offener Bühne hat einer unserer Podcast-Kollegen eine Verlobung bekannt gegeben. Es war seine Auserwählte, um die Ehre gebeten, ihr Mann werden zu dürfen. Ich frage mal ganz kurz, Nikolaus, du bist ja in das Geschehen mit involviert gewesen. Wie war das denn, die Auserwählte auf die Bühne zu führen und dieses Geheimnis vor allem so lange zu fahren? Sehr enttäuschend. Also ich dachte natürlich, dass ich der Ausgewählte sein werde. Irgendwann mal nach allem, was ich für Reinhard getan habe. Aber gut, ich sage mal, ich kann verlieren. Ich habe die ominöse Frau dann in die Familie aufgenommen. Das passt schon. Nein, war natürlich toll. Also war natürlich schon so ein Knaller am Ende. Das war angekündigt. Wir hatten uns erkundigt, ob es wieder eine Stickstoffrakete oder irgendeine Bälle-Explosion. War besser, glaube ich. Das war jetzt natürlich wirklich der Knaller, mit dem keiner zu Recht gewagt hätte oder überhaupt gedacht hat. War ganz gut, weil ich dachte, wenn die Show scheiße ist, dann wird man nachher nur über diesen Antrag sprechen. Jetzt war die Show, glaube ich, nicht so schlecht. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd. Keiner redet mehr über die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, sondern nur noch über den Antrag. Aber ist okay. Ist okay. Jetzt sind ja besondere Startschwierigkeiten oder Startbedingungen, sagen wir mal, am dritten Tag des 34. überhaupt eines C3-Kongresses. Es ist üblicherweise die Energie der Beteiligten, die hier so herumlaufen, ja schon eher im Reservemodus. Weil die Nächte, die zwei, drei Nächte für Normalbesucher, für Aufbauhelfer natürlich die fünf Nächte vorher oder noch mehr, die haben schon ordentlich Kraft gekostet. Und ihr wart dann auch noch zur Mittagszeit dran um 11.30 Uhr. Wie seid ihr damit umgegangen? Bist du früh extra früh ins Bett gegangen? Habt ihr auf alkoholische Genüsse verzichtet? Wir haben uns ein bisschen eingeschränkt, aber ich finde es sowas immer ganz spannend. Also wenn man ein bisschen aus der Komfortzone raus muss und mal ein bisschen was anderes ausprobiert. War halt ausdrücklich gewünscht. Wurde uns irgendwie vor einer Woche oder zwei, wurde so mal angedeutet, wäre das okay, wenn ihr das um 11.30 Uhr macht. Oder vielleicht ist es auch schon länger her, weiß ich nicht so genau. Und dann habe ich erst mal geschluckt, aber dann habe ich gedacht, okay, lass das mal ausprobieren. Also war halt gewünscht, dass wir etwas familienfreundlicher sind, damit eben auch Kinder da sein können. Und ja, ich finde es immer spannend, wenn man ein bisschen was anderes ausmachen muss. Ein bisschen so das System mal so in Unruhe bringt. Genau, ist ja genau das, was mit dem Kongress auch passiert ist. Also dass man jetzt sagt, man ist mal an einem anderen Ort. Ich habe vor ein paar Tagen mit den Engeln gesprochen und habe mal versucht herauszufinden, so wie ist denn das für euch? Ist das jetzt unglaublich stressig? Und ich habe eigentlich im Wesentlichen nur positive Sachen gehört von Leuten, die sagen so, nee, das ist eigentlich spannend. Jetzt ist man mal wieder so an der Ehre gepackt. Für all die Leute war es halt nur noch Routine eigentlich in Hamburg, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Und jetzt müssen wir halt noch mal wieder, sind wirklich wieder gefordert, müssen improvisieren. Und darum geht es ja eigentlich in der Community. Deswegen war es für uns spannend. Ihr habt ein etwas anderes Konzept gewählt, also weniger Show-Acts, mehr Vortrags. Ja, ungewöhnlich, ja. Naja, ich fand eine sehr gelungene Kombination. Also es war ja dann doch ein Anteil von Experimenten, wenn auch vielleicht ein bisschen kleiner, aber sehr eindrucksvoll. Also dieses aus Mohn und Salz gebildete optische Element, das sie da gebaut hat, ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Das ist so simpel und trotzdem wieder so eindrucksvoll. Ihr habt euch die Nobelpreise vorgenommen und da einfach diese Show draus war. Ich glaube, das war auch ziemlich erfolgreich. Wie hat das Publikum denn reagiert? Wir haben das von hier gesehen und natürlich irgendwann war die Übertragung zu Ende. Sind noch Leute zu dir gekommen und haben irgendwas gesagt? Nö. Doch. Nein, ja, ja, schon, klar. Was soll ich denn sagen? Es ist gerade ganz gut angekommen. Aber das ist nicht an mir da zu beurteilen. Ich fand es Spaß gemacht. Ich fand Babypod ganz schön toll, familienfreundlich. Ja. Was? Was? Ich fand Babypod am familienfreundlichsten. Ja, 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 genau. Der Vaginal-Lautsprecher. Alles klar. Und natürlich auch die kopulierenden Insekten, wo man den Kindern die Augen bei zuhalten soll. Gut, Mikolas wird sich über den Erfolg der Veranstaltung jetzt nicht weiter äußern, kann ich verstehen. Wir fangen mal einen Augenzeugen, der die Schlange beobachtet hat, derer, die sich angestellt haben, heute morgen schon um wie viel Uhr, Lars? Das war so gegen zehn, Viertel nach zehn. Da gab es eine lange, lange Schiene. Wir haben so die Anfänge davon mitbekommen, so 20, 30 Meter. Kurz im Moment später ging es dann auf der Seite von der Glaswurst, also diesem langen Kuppelbau, diesem hangarähnlichen Gebäude, die Treppe runter, auf der anderen Seite wieder hoch, bis hinten zur anderen Seite. Und da hatte ich dann noch so ein Bild getwittert und bekam dann als Antwort, ja, inzwischen ist es einmal rum und geht auf der anderen Seite wieder zurück. Das war dann also schon fast wie ein Uh. Und so überraschter war ich dann, als dann Einlass gewesen war, dass hier jemand im Sendezentrum sagte, es wären sogar noch Plätze frei. War das so? Gab es freie Plätze bei euch? Ja, aber als es dann losgingen eigentlich keine Plätze mehr, von denen man guten Blick hatte. Also so auf der Tribüne, seitlich, direkt neben der Bühne, da war noch was. Ich entnehme also, Roddy, du warst vor Ort. Ich war vor Ort. Wie hat das Publikum mitgemacht? Ja, gut. Hat es sich transportiert, die trockene Vorlesung, die sie beiden gehalten haben? Ich fand die überhaupt nicht trocken, die Vorlesung. Also ich war ganz froh, nicht in der ersten Reihe zu sein, obwohl ich ja ein Käse-Fan bin. Aber ich hatte so das Gefühl, das geht vielleicht auch über meine Gürtellinie. Ich weiß es nicht. Aber der Käse ging nachher tatsächlich weg. Die Leute kamen noch und haben nach Käse gefragt. Nein. Doch, tatsächlich. Also das meiste ist noch weggegangen. So rein optisch war der zweite Käse, aber nicht so schlimm wie der erste. Rein optisch, ja. Weil ich übrigens, also ich finde es ja toll, dass Podcasts auf die Bühne gehen. Aber ich finde, also das ist ja auch eine Besonderheit dieser Veranstaltung hier. Insgesamt gab es natürlich weniger Bühnen für Podcasts, fand ich, weil hier im Sendezentrum natürlich die große Bühne weggefallen ist. Was ich persönlich etwas schade finde. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich fand, gerade in den letzten Jahren in Hamburg, fand ich es ganz toll, dass Podcasts so eine Stimme gewonnen haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wie empfindet ihr das? Ich habe leicht reden, weil ich nie wirklich mitgearbeitet habe. Deswegen maße ich mir kein Urteil an. Aber ihr als wirklich Beteiligte, wie seht ihr das? Ich frage doch mal den Stefan zu meiner Rechnung. Wie siehst du das denn? Also ganz ehrlich, mir gefällt es so rum sogar besser. Oh, okay. Ich war letztes Jahr schon bei den Podcast-Partinnen im Off sozusagen aktiv. Ich sage deswegen im Off, weil wir bei den Tischen so etwas hinter der Bühne immer standen und auf die Art und Weise ein bisschen im Schatten waren. Und ich glaube fast auch durchaus, dass ein paar Leute vielleicht gar nicht zu uns hingefunden haben. Hier ist jetzt so richtig Assembly-Charakter und auf die Art und Weise kommen mehr Leute durch. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht übersehen werden können. Und ich habe auch das Gefühl, dass viel mehr Leute da sind von den Podcasten als letztes Jahr. Obwohl es vielleicht sogar umgekehrt ist. Einfach, weil die hier alle Tische voll sind. Damit kann ich durch die Tische durchwandern, schauen, wen kenne ich. Einmal die begrüßen, freue mich darüber. Und auch schauen, wen kenne ich nicht. Anreden. Wer bist denn du? Was machst denn du hier? Mir geht es genauso. Also ich bin ja das zweite Jahr hier. Also letztes Jahr war mein erstes Jahr. Und natürlich kenne ich jetzt auch einfach ein paar mehr Leute als letztes Jahr. Aber ich finde es total, also so für uns als Community total toll, wie wir hier zusammensitzen, wie sich die Tische auch vermischen und nicht alle immer an ihrem Platz sitzen bleiben und alle immer so rumwandern. Und also ich habe super tolle Gespräche schon mit den Podcasten angeführt. Aber auch schon super viele mit Leuten, die, also ich hatte einen da, der wohnt in Frankreich und meinte, er weiß gar nichts über die deutsche Podcast-Community, ob ich ihm mal ein bisschen was erzählen könne. Und so, also es ist nicht so, dass hier niemand vorbeikommt, der mitbekommt. Es gibt das Sendezentrum, es gibt die Podcasts. Ich betreue auch dieses Jahr den Twitter-Account vom Sendezentrum. Und ich glaube, wir kriegen so einige Mentions auch ab. Also ich glaube, wir fallen schon trotzdem auf. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die große Bühne wäre schon ein noch nice to have. Baudi, du nimmst schon das Mikro. Naja, nicht auf der großen Bühne zu sein, das schmerzt natürlich. Du hast normalerweise die Freakshow. Genau, genau. Also ich hätte das auch gerne wieder gemacht. Also einerseits, gut, ich kam an Tag Minus Eins hier an und es war noch gar nichts da. Letztes Jahr Tag Minus Eins, da nahm die Bühne schon Gestalt an und so weiter. Für mich war das irgendwie ein großer Schock. So, was ist jetzt? Ich muss hier falsch sein. Hier ist ja gar nichts. Also, keine Ahnung. Ist so eine zweischneidige Sache. Andererseits ist es so, dass wir mit der Bühne auf Sendezentrum hatten wir so einen Punkt, wo so viele Veranstaltungen auf der Bühne waren, die so halbes Pflichtprogramm waren. Und man war irgendwie so im Sendezentrum so festgesessen und konnte nicht irgendwie den ganzen Kongress mitnehmen. Also ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es nur gut oder schlecht ist. Ganz ehrlich. Meine Wahrnehmung, also weil ihr das jetzt so gesagt habt, also die Kommunikation nach innen unter den Podcastern funktioniert offensichtlich ganz gut. Also ihr beide sagt, das ist sogar besser als vorher. Kann es sein, dass wir aber an Außenwirkung verlieren, dadurch, dass wir die Bühne nicht haben? Ja, und was hast du dazu? Ich habe tatsächlich Leute kennengelernt, die die Bühne sehr schmerzlich vermissen, weil sie gesagt haben, das wäre die einzige Live-Veranstaltung, die sie auf dem Kongress besuchen. Und das fand ich eine ziemlich starke Aussage. Noch nicht mal methodisch inkorrekt auf der Bühne. Wow. Tatsächlich, ja. Also das war die Aussage. Also Freakshow wins, sozusagen. Genau. Oh oh. Ja, das war mal die Stimme eben halt für die Bühne. Und ich muss auch sagen, dass so das Innenverhältnis tatsächlich finde ich auch schöner als letztes Jahr in Hamburg. Aber so die Außenwirkung kann schon sein, dass die ein bisschen leiden. Auch wenn hier, ich sehe ja auch hier, dass die Leute rein und raus laufen, aber sie bleiben nicht hängen. Und also. Ja, das wurde als Vorteil mir schon mitgeteilt. Also wenn man den Raum vor uns sieht, wo die vielen Tische sind, da sind relativ viele statische, angeblich statische Menschen, die haben sich da hingesetzt und bleiben drei Tage da sitzen. Hier ist ein offenes Kommen und Gehen. Die Besetzung der Tische durchmischt sich quasi alle 15 Minuten irgendwie wieder neu. So ist den Platz ein bisschen der Eindruck. Es wäre natürlich schön, wenn man hätte beides irgendwie. Jetzt kam heute die Idee auf. Genau über uns hat der Deutschlandfunk gerade in einer relativ großen Halle so was wie so ein Vortragsraum mit Bühne, so ein Seminarraum. Ob man nicht so etwas, wenn es das nochmal gäbe, ich glaube daneben gibt es noch einen zweiten, ob man nicht so etwas für das Sendezentrum nehmen könnte. Dann wäre man aber einen Stockberg höher und damit aus diesem ganzen Laufbereich heraus. Das kann man so und sehen. Stefan, wie würdest du das denn einschätzen? Wäre das besser oder schlechter? Schwierige Frage. Aber ausprobieren kann man alles. Es ist ja nicht so, wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass das festgenagelt wäre. Und es lag ja hauptsächlich eigentlich daran, dass der Organisationsaufwand eigentlich heuer zu hoch war und das das Problem war. Und wenn wir das nächste Jahr diesen Aufwand dann auch stimmen können, dann haben wir wieder neues Potenzial, können wieder was Neues ausprobieren und neuer Standard, neues Glück, neues Jahr. Ralf Stockmann sagte am ersten Abend, als wir über die Infrastruktur gesprochen haben, dass die ursprünglich geplante Bühne, die war tatsächlich hier und da, wo jetzt dieses Assembly ist, da hätten dann die Sitze für die Zuschauer gestanden. Also eigentlich dieser ganze Bereich hätte Sendezentrum sein können. Da hätte man die Laufgrundschaft abgefangen und vielleicht trotzdem hinten eine Assembly haben können. Dafür hat man nicht die Ruhe, obwohl es eine Seite 60, das haben wir gerade eingangs gesagt, ist es hier verhältnismäßig laut. Und natürlich haben wir ja relativ Einsprüche und manchmal kommt ja auch noch die mobile Box da vorbei. Muss man wahrscheinlich ausprobieren. Habt ihr noch Meinungen dazu? Was wäre, wenn man jetzt eine Etage höher wäre? Ja, also ich spreche jetzt nur von mir. Wir sind zwischendurch mal bei den Coffee Nerds gewesen und ich war ganz überrascht. Oh, hier ist auch noch was. Also ich wäre wahrscheinlich Gefahr gelaufen, das Sendezentrum nicht zu finden oder nicht zufällig rein zu stolpern, wäre ich jetzt ein normaler Besucher gewesen und das Sendezentrum wäre hinter einer der Türen oben in diesen Seminarräumen gewesen. Also ich war eher überrascht, dass da noch was ist, weil ich dachte, das findet alles irgendwie auf dieser Ebene statt und in der Glaswurst. Und ja, also da oben, vielleicht wäre das ja nur mir so gegangen, aber irgendwo sehe ich schon ein bisschen Gefahr, dass es da, dass man nicht so gefunden wird mit dem Sendezentrum. Und das würde ich glaube ich so für die Laufkundschaft sozusagen als einen weiteren Verlust sehen. Also was die Bühne angeht, bin ich selber sehr zwiegespalten. Also ich habe gesehen, das kam letztes Jahr eben extrem gut an, die waren immer gut besucht. Und ich bin noch nicht sicher, ob sich das wirklich ausschließen muss. Also wenn man in diesem Bereich, den wir jetzt haben, die Assembly hat und da, wo jetzt diese Silent Area ist, hätte es eine Bühne gegeben, dann würde ich da also nicht sagen, dass sich das gegenseitig irgendwo auffressen muss. Okay, dann würde ich diesen Teil der Vorausschau auf das nächste Jahr vielleicht abschließend, falls ihr noch eine Meinung habt. Nein, nicht? Dann frage ich mal, gucken wir lieber, ob das hier tatsächlich passiert ist. Becky, du hast ja gerade schon gesagt, du hast den Twitter-Account vom Sendezentrum betreut. Das heißt, du bist in diese innere Organisation des Sendezentrums ein bisschen mehr hineingeguckt. Was hast du denn eigentlich hier so gemacht, die letzten drei? Was ich gemacht habe, ich habe total viel rumgesessen und lustige Tweets vorprogrammiert, damit immer zehn Minuten vor jedem Podcast, der hier startet, auch alle Leute Bescheid wissen, dass es hier wieder ein bisschen was gibt und fleißig unseren Streamlink immer verteilt und so weiter. Nicht ganz ohne Gefahr, das vorzuprogrammieren, wenn die Leute dann nicht kommen, oder? Ja, man kann es ja auch immer noch umprogrammieren und zum Beispiel, als heute die Wissenschaftspodcaster etwas später kamen, gab es auch sofort Beschwerden über Twitter, dass im Stream ja noch gar nichts zu hören sei. Also es ist schon so, dass es da auch einige Kommunikationen nach außen gab und dann habe ich einfach richtig viel gepodcastet und das ist ja auch noch nicht vorbei. Das geht ja hier heute noch weiter. Du hast auch den Dienst am Sendetisch gemacht, in der Technik? Sowohl Dienst als auch selber am Mikro gesessen, genau. Wie hat diese Übergabe funktioniert? Es gab ja so Stundenslots und einen 90-Minuten-Slot pro Tag oder zwei, ich weiß nicht genau, so ungefähr jedenfalls. Das heißt, die Leute brauchen eine gewisse Disziplin, dass sie dann auch irgendwann mal zur Vollstunde oder kurz vorher am besten aufhören, die Übergabe muss gehen. Gab es da irgendwelche Hakelei? Also ich fand die Disziplin hervorragend. Es war natürlich, der Björn grinst schon. Es gab ein paar Open-End-Sessions, eben immer die letzten am Abend, wo es eigentlich so gedacht war, dass die Person, die die Technik macht, gar nicht die ganze Zeit da sitzen bleiben muss und zufällig war nun gestern die Open-End-Session ein Podcast, an dem ich beteiligt war, nämlich die Star-Wars-Talk mit den Kulturpessimisten und Björn war eigentlich für eine Stunde eingeteilt und saß dann da nach drei Stunden immer noch und grinste uns an. Genau, das ist so das Einzige, was mir diesbezüglich einfallen würde. Ansonsten, ich zum Beispiel selber habe die Schulung sozusagen, das erste Team-Meeting verpasst und als ich dann meine erste Schicht hatte, standen sofort drei Leute neben mir, die bei der Schulung dabei waren, um mich einzuweisen, was zu tun ist und es war immer noch irgendjemand da, den man sonst fragen konnte. Also das hat ganz hervorragend geklappt. Okay, Björn, du hast gerade schon gelacht. Ja, gestern war es der Björn, heute ist es der Björn, Buchstabe dazu. Das muss man erstmal sprachlich hinkriegen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Du hast die dreifache Zeit deiner Schicht gemacht, du hast immer noch gelächelt. Wie ist dir das denn gelungen? Ich bin einfach ein freundlicher Mensch. Ja, sowieso. Nein, das hat natürlich auch Spaß gemacht. A, war der Podcast super interessant. Sie haben sehr dynamisch gepodcastet, deswegen war es eigentlich auch nicht möglich wegzugehen, weil man musste doch immer mal ein bisschen an den Reglern tunen, weil hier das Grundgeräusch sehr laut war und dadurch der Hub in dem Aufnahmebereich irgendwie ein bisschen klein war. Und insofern war das immer so, dass man doch nochmal eingreifen muss. Also weggehen war tatsächlich nicht, aber es war total in Ordnung. Und ich war bloß etwas überrascht, dass es dann nicht nur eine Stunde, sondern drei war. Am späteren Abend hat ja hier aus dem Nachbartreppenhaus ein starkes Disco bumm, 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 irgendwie hochgeschaltet. Gab es das Probleme? Nee, damit gab es eigentlich keine Probleme. Ich hatte nur einmal, als Max Schneider anfing irgendwelche Knusper-Sachen zu essen, kriegte ich eine Herzattacke, weil ich dachte, das wäre irgendein Kabel kaputt oder ich kriegte Panik, guckte auf den Rechner und wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich auch noch ein sehr unerfahrener Podcast-Fahrer, Sendefahrer bin. Das war für mich nämlich auch das erste Mal. Und ich kann Becci tatsächlich da auch nur unterstützen und sagen, das hat super gelaufen. Also ich saß da auch erst mal vom Berg und es sind sofort Leute angesprungen gekommen. Und es ist auch unterwegs, während der Sendung sind Leute gekommen und haben gesagt, also wenn du eine Ablösung brauchst, frag mich ruhig, ich mach das dann. Das Einzige, was sie noch einmal gesagt haben, denk dran, am Ende Alt-F4 zu drücken. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Ah, okay. Man sollte nicht jeden Hinweis haben, den es hier gibt. Was hast du denn, außer dass du Sendefahrer gewesen bist, sozusagen aktiv selber in ein Mikrofon gesprochen? Ich habe tatsächlich mit Sebi vorhin gepodcastet. Ich habe bei Frank ein bisschen was ins Mikrofon gesprochen und jetzt hier bei dir. Was hast du da gemacht, Stefan? Du hast doch gesagt, ihr hättet gestern schon gemeinsam gegeneinander gepodcastet. Ach ja. Beim Podcast sind wir angetreten. Stimmt. Und haben auch über unser erstes Mal gesprochen. Ja, stimmt. Wir haben über unser erstes Mal gesprochen. Das war sogar schon vorgestern. Das war vorgestern. Siehst du, deswegen habe ich es vergessen. Da war noch eine Nachricht. Der Chaos-Party, den Podcast. Chaos-Party, das sind eben diejenigen... Entschuldigung, danke. Ihr habt ja nicht die lustigen Mützen auf. Also man läuft ja ohne herum. Wir haben ja den schönen Button. Habt ihr alle den Button an? Ich habe noch keinen. Ich habe auch keinen. Okay, aber du... Was ist das? Das zeigt ja eigentlich die beliebigen Ausweise. Beliebig? Da steht Premium drauf. Ich bin Premium Engel. Ja, ja, eben. Premium Cola, Premium was? Premium Engel. Oh. Oh. Engel erster Klasse. Okay, das gibt dann die besonders gepolsterte Wolke. Ja, kommen wir mal zu den Podcast-Party. Das ist ja nun die erste Stelle für Menschen, die mit dem Podcast beginnen wollen und sich einfach mal näher mit der Materie beschäftigen wollen. und du, Stefan, glaube ich, zusammen mit der Nele, eigentlich und Tine, die leider kurzfristig nicht kommen konnte und noch anderen. Ulrike. Und Ulrike. Und Melanie. Die bildet eine Gruppe sozusagen derer, die sich da... Wie sagt ihr? Neulinge? Wir sind einmal überhaupt nur die Orga von dieser Gruppe. Ja, wen nennt ihr denn die Menschen, die euch gegenüberstehen und fragen, wie geht Podcasten? Mentees? Ja. Komische Wort? Ja. Okay. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ich habe das... In Österreich schon einige Zeit gemacht, relativ niederschwellig, also einfach nur geholfen, wenn es gegangen ist. Und mit der Melanie dann auch abgesprochen in Form von diesem Podcast-Partner-Projekt, von dem ich von der Melanie und von Daniel Messner in Österreich erfahren habe. Und im Laufe der Zeit, jetzt wurde ich heuer im Sommer gefragt, ob ich nicht bei der Orga mitmachen will. Habe ich gerne Ja gesagt. Und wir haben jetzt eben auch versucht, diesen Podcast, der vor eineinhalb Jahren mal gestartet worden ist, aber dann so ein bisschen wieder versandet ist, wieder zu reaktivieren. Und das haben wir mit einer Episode im Herbst gemacht. Und wir haben jetzt mittlerweile auch hier zwei Episoden aufgenommen. Wie gesagt, eine Episode so über die Erfahrungen beim ersten Mal. Das ist ja nicht immer ganz so einfach, auch beim Podcasten. Und wir haben auch eine Erfolgsstory verpodcastet, mit dem Podcast das Acht. Da gab es das letzte Jahr die Beratung hier am Kongress, also hier in Hamburg am Kongress. Und die haben mittlerweile auch einen sehr erfolgreichen Podcast mit über zehn Episoden und 20 so zwischen kleinen Episoden und sind mittlerweile auch selbst schon wieder Podcast-Partner geworden. Also dieses Projekt lebt ganz gut. Wir haben insgesamt über 70 jetzt schon, die sich bereit erklärt haben, mitzuhelfen. Und je nach Fähigkeiten der Menschen, was sie sich selber zutrauen zu helfen und auch natürlich Geografie. Also wenn jemand nahe bei jemandem ist, der Hilfe braucht, wird man natürlich versuchen, auch da ein bisschen ein Matchmaking zu machen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wir versuchen das halt auch zu intensivieren, indem wir weiterhin auf diesen Konferenzen hier tätig sind. Wir haben zum Beispiel auch im Rahmen vom Jung-Hacker-Tag für die Kids Workshops angeboten. Und ja, das war auch sehr... Da würde ich gleich nochmal spezieller drauf eingehen, aber zunächst mal noch eine allgemeinere Frage. Ich bin hier vorne, das gab es noch recht viele Stunden, bin auch immer wieder angesprochen worden von Menschen, die gesagt haben, ja, das ist krass und weiß, das konnte ich an jemanden weitergeben. Das war aber auch mal eine Situation, wo von den Podcast-Partnern jetzt gerade mal keiner da war. Da habe ich selber angefangen, so ein bisschen zu erzählen. Und ich merkte so, nach drei, vier Minuten hatte ich schon so viele Fachworte gebraucht. Die Afi, auch ohne, du musst das, du musst dieses und jedes tun. Ich merkte, wie die Person, die mir gegenüberstand, so den Fokus, also die Aufmerksamkeit so zumachte. Ich hatte sie verloren. Das ist, ich habe da gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil das, was uns inzwischen verhältnismäßig klar ist, wenn es auch im Detail immer wieder herausfordert ist, ja, wie mache ich die Politik, mache ich sie oder so. Also, aber so, der Grund, das Grundschema des Podcastings ist uns ja eigentlich sehr vertraut, aber jemand, der kalt und unbedarftig übersteht, den haben wir wirklich sehr schnell verloren. Wie schaffst du es, den Menschen das beizubringen? Habt ihr irgendeine Best Practice? Halt zu versuchen, herauszufinden, wo man die Leute abholen kann. Also, wo steht die Person eigentlich? Was ist denn schon bekannt? Was soll denn erreicht werden? Und es gibt ja viele Wege zum Ziel. Es gibt eigentlich für jeden Step in diesem Prozess unterschiedliche Wege und es gibt auch unterschiedliche Ansprüche dann. Was will man denn erreichen? Muss das unbedingt Public Radio Quality sein, was da hinten rauskommt? Oder darf es auch so das gemütliche Kaffeehausgespräch sein, wo man ein bisschen Atmo im Hintergrund hat und dann ein Reusband auch mal drinnen ist, nicht? Und versuchen eben, das über möglichst niederschwellige Ansätze zu machen und halt im Laufe der Zeit dann die Leute nicht wegzuschicken, sondern halt auch das Angebot zu geben, wenn es denn später Probleme gibt, könnt ihr ja wieder fragen. Und wir haben ja zum Glück auch nicht einmal nur unsere Leute, sondern wir haben ja auch dieses super Forum, das Sendegate, wo auch noch Fragen gestellt werden können und man kann dann miteinander sich austauschen und unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Meinungen, was auch hilft. Oft kann ich auch nicht weiterhelfen. Na, dann gibt man die Person an anderen Paten, andere Patin weiter, die von dem Thema, von dem Material vielleicht mehr Ahnung hat und dort die Expertise hat. Wir haben ja ziemliche Expertise in der großen Gruppe schon mittlerweile. Aber ist es schon so, dass du dich der Person individuell annimmst und erst mal fragst, was hast du eigentlich für ein Ziel und was ist dann daraufhin zu beraten? Es ist nicht so, dass man sagt, es gibt hier so ein Best-Practice-Handbuch oder so die zehn Schritte zum erfolgreichen Podcast und du guckst mir die erstmal an und dann kommst du wieder, wenn du mit Punkt 8 nicht klarkommst oder so? Das ist eben genau der Punkt, warum wir nicht eine Webseite sind, sondern eine Gruppe von Menschen sind, weil wir glauben, dass wir das so individuell machen müssen. Es gibt zum Glück auch Bestrebungen, Sachen zu verschriftlichen. Stefan Dückert. Simon. Danke, Simon Dückert arbeitet da in einem Wikibook, das ist noch nicht ganz fertig, die Geschichte, aber natürlich auch super Material. Mehr Material kann nur gut sein und natürlich muss man individuell auf die Personen zugehen, die Menschen. Das kriegt man aber, glaube ich, doch meistens mit Sinn sehr unterschiedlich und man hört halt die ersten zehn Minuten ganz genau zu, was sagt denn die Person alles. Da stecken halt schon viele Botschaften drin und die meisten Podcaster haben ja doch ein bisschen gelernt zuzuhören auch, vor allem wenn es Interviewformate sind und dann hört man sich halt wirklich genau rein, was sind denn die Ansprüche, was ist der momentane Status und stellt auch Fragen zurück und so funktioniert das schon dann. Und ich meine, nobody's perfect, auch wir sind nicht perfekt und fehlerlos, wir versuchen halt einfach unser Bestes, wir sind eine Gruppe von Menschen, die versucht, da weiterzuhelfen und wenn es gelingt, ist es gut und dann freuen wir uns. Eine Frage an den Roddy, weil du ja relativ bekannter Podcaster bist durch die Freakshow, jahrelang schon regelmäßig auf Sendung, wirst du auch gelegentlich angesprochen, wo Leute kommen und sagen, hey du, Roddy, du kennst dich ja gut aus, kannst du uns mal ein bisschen Tipps geben, weiterhelfen oder so? Also ich werde relativ oft angesprochen, aber jetzt nicht auf die Schiene kannst du uns Tipps geben, sondern Leute bedanken sich für jahrelanges Entertainment und so weiter. Also so die Hilfsschiene, nö, bin ich noch nicht darauf angesprochen worden. Ich erzähle den Leuten trotzdem gerne, was ich weiß, also das, ja, nur scheinbar erwartet es noch niemand von mir, dass ich Ahnung habe oder so, ich weiß es nicht. Du bist von dem Team, von der Freakshow, ihr seid fünf Personen, glaube ich, so ungefähr. Ja, so sieben ungefähr. Bist du derjenige, den ich als relativ konstanten Anwesenden in den Sendezentren der letzten Jahre kennengelernt habe? Das heißt, du beschreibst irgendwie mehr als deine Mitpodcasterinnen und Podcaster da hier einen Gewinn herauszuziehen. Was ist das für dich, dieses Aufhalten im Sendezentrum? Was machst du den ganzen Tag? Also für mich ist das Sendezentrum einfach so die Heimatassembly geworden über die letzten Jahre. Ich habe einfach keine andere Anlaufstelle, die so ist wie das Sendezentrum, sondern ich komme morgens hin und wo stelle ich meine Tasche hin? Natürlich, natürlich ins Sendezentrum, auch wenn ich dann zu wirren Ig Nobelpreisvorstellungen gehe oder so, sondern das ist so der erste Anlaufpunkt, der Heimathafen und deswegen für mich ist das so, ja. Und der Austausch, die Begegnung mit den Menschen, ist das, ja, gibt dir das was? Natürlich, natürlich. Was, wenn ich das? Also ich habe in den letzten Jahren so fürchterlich wenig Vorträge gesehen und habe mich dann immer geärgert. Das hättest du noch angucken können, das hättest du noch angucken können, aber irgendwie waren die Menschen dann immer wichtiger, fand ich. Also das ist so einfach, weil es auch so eine Familie ist, die hier einmal im Jahr zusammenkommt. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt auf der Subscribe sieht oder so, dann, ja. Ja, das Gefühl Familie, ich glaube, das teilen viele. Zur Familie gehört aber auch irgendwie die Tante, die man nicht leiden kann oder der Onkel, der vielleicht Ansichten vertritt, die man nicht ungefähr teilt. Dazu muss ich jetzt nichts sagen, oder? Gehört, ja, erlebt man das auch? Becci, erlebst du hier auch Tanten und Onkel, wo du sagst, oh, es ist gut, wenn die zur weiteren entfernten Familie gehören? Also bis jetzt habe ich das noch nicht gehabt hier im Sendezentrum. Ne, aber was ich noch ergänzen wollte, ist, glaube ich, dass im Vergleich zu anderen Assemblies, die es so gibt auf dem Kongress, die ja zum Beispiel aus einer bestimmten Stadt kommen und dann ihre Assembly aufmachen, sind wir ja als Podcastende irgendwie aus ganz Deutschland verteilt. Oder aus Österreich und der Schweiz oder Luxemburg oder was weiß ich nicht. Und deshalb ist es natürlich noch mal mehr, dieses einmal im Jahr alle hier sein und uns sehen im Vergleich zu anderen Leuten, die als Gruppe hierher kommen und sich dann so weiter verteilen. Ist das für dich, Björn, auch das Familientreffen hier? Unbedingt. Ja? Ja, ja. Und ich finde es auch toll, dass man sich mehrmals im Jahr treffen kann. Ich gehe auch gerne auf die Subscribe. Und ich hoffe auch, irgendwann mal auf einem Podstock auftauchen zu können. Und ja, klar, es ist dieses Familientreffen, was es hier ausmacht. Das finde ich total schön. Nikolas, wie ist das für dich eigentlich? Du bist, Entschuldigung, das ist ja zu sagen, du bist der Rockstar hier. Ja, du hast eines der erfolgreichsten oder mit Rainer zusammen eines der erfolgreichsten Formate aufgebaut. Kein Podcast zieht derartig viele Menschen an. Ihr kühlt eine Halle von, was haben wir gesagt, sagen wir mal über Daumen 4.000, keine Ahnung, zwischen 2.500 und 4.500 waren die Angaben. Also irgendwie morgens um 11.30 Uhr. Das ist ja ein Auszeichen. Was bedeutet denn dir, dass du jetzt auch sagen, ja mein Gott, ich gehe in den Heaven und lass mir da die Nägel feilen oder so. Du sitzt aber hier herum. Was bedeutet dir das? Ja, genau wie ihr gesagt habt, oder wie Robby dann schon gesagt hat, das ist im Prinzip, habe ich auch keine Assembly. Daher ist das hier meine Assembly und das ist meine Familie. Der Austausch bedeutet mir sehr viel mit euch, mit euren Ideen. Auch so über die einzelnen Themen hinaus, wo soll es mit den Podcasten hingehen, wo sollen wir uns einbringen in den Diskurs, in den gesellschaftlichen. Das finde ich eine interessante Fragestellung. Und da treffe ich hier halt Leute, die irgendwie auf der gleichen Schiene unterwegs sind. Übrigens, weil du sagst, wir sind die Einzigen, die die Halle da voll machen, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt ja auch noch andere Podcasts, die auch so viele Hörer haben. Und man müsste das einfach mal auf ein Experiment ankommen lassen. Also ich erinnere mich so, NSFW hat auch die Hallen gerockt. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Potenzial dann noch von Podcasts, die auf Bühnen müssen. Das kommt ja auch gar nicht so sehr auf die Menge an. Freakshow hat immer das Sendezentrum gesprengt. Also da müsste man überhaupt mal gucken, wo denn da überhaupt die Grenze ist. Da wehre ich mich so ein bisschen dagegen, dass wir die Einzigen sind. Wir müssen das einfach mal ausprobieren. Hier sind ganz, ganz tolle Stimmen und ja, man muss den, ich finde, die sollten viel mehr auf Bühnen gehen. Ich muss da jetzt mal reinkriegen. Ja, gerne, Stefan. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Einerseits sind sie die Rockstars, das ist schon klar. Oh, aber, aber, aber. Das ist ja auch so diese Geschichte zwischen den Geigern und den Chirurgen, wo die, ein Chirurg unter den Geigern als guter Chirurg gilt und umgekehrt. Und bei den Physikern ist es so, da gilt, ich habe ja mal Physik studiert. Ja, ich überlege gerade, was ein Chirurg und ein Geiger jetzt verbindet und trennt. Oder eine Chirurgin und eine Geigerin. Ja, ja, ja. Aber bei den Physikern ist es so, da fragt man, da gilt der Nikolaus hauptsächlich als sehr guter Läufer. Weißt du, ob das klar ist? Und deswegen gab es da eine ziemlich große Verschwörung. Aha, erzähl, erzähl mehr. Wir haben bei der Wispot-Konferenz den teuflischen Plan ausgeheckt, jetzt einen Lauf-Podcast zu gründen. Ach, diese berühmten drei Schweinehunde, Rubbe. Haben diesen Lauf-Podcast geschickt, bei ihm initiiert. Bei ihm, du zeigst es auf Nikolaus? Auf Nikolaus. Nikolaus hat den dann im Sendegart empfohlen, woraufhin dieser Podcast dann auch Hörer bekommen hat und Hörerinnen bekommen hat. Mittlerweile eine Laufgruppe von über 80 Leuten auf Strava hat, die sich gegenseitig monitort und natürlich auch den Nikolaus monitort, ob er wirklich so ein guter Läufer ist, wie er gilt. Aha, okay. Und jetzt haben wir das Ganze dann auch natürlich noch testen müssen. Jetzt wird es anstrengend. Ja, jetzt wird es wirklich anstrengend. Jetzt wird es anstrengend, das ist nicht nach Schweiß, ja. Wir haben ein Hörerinnen-Treffen hier ausgerufen. Okay. Um 9 Uhr morgens, vorgestern eine Laufrunde. Nein. Ja. Hörertreffen sind gemütliche, man sitzt irgendwie so gemütlich rum, trinkt Bier und erzählt sich Geschichte. Du siehst meinen Bauch auch und so weiter. Ja, aber nicht, der ist doch fast weg. Ja, ja, ja. Und tatsächlich ist der Nikolaus gekommen und wir sind mit ihm gelaufen. Ja. Und jetzt ist absolut klar, er ist ein guter Läufer. Ah, okay. Okay. Also gute Läufer erkennt man ja daran, dass sie während des Laufens noch sprechen können. Kann er das? Selbstverständlich. Habt ihr viel geredet unterwegs mit den Hörerinnen und Hörern? Mit den Hörerinnen und Hörern nicht. Wir haben nicht gleichzeitig aufgezeichnet. Aber mit den Mitlaufenden. Ja. Ja, ja. Das war ja das Hörertreffen. Hörerinnen-Treffen. Ich dachte, du meinst jetzt alle. Läuferinnen-Treffen. Laufenden-Treffen. Ja. Birgit, hilf mir, wie sagt man denn jetzt? Hörerinnen-Treffen? Läuferinnen-Treffen? Na, ich sage Hörerinnen-Treffen. Hörerinnen. Gut, okay. Also da ist noch viel mehr als nur der Rockstar auf der Bühne, sondern es ist auch noch der sportliche Aspekt. Genau. Der gesundheitsfördernde Aspekt. Und zwar der Super-Nikolas ist gekommen. Och, schrecklich. Aber ich habe es ja nicht gesagt, Nico, normalerweise schimpfst du immer mit mir. Diesmal ist es doch der Stefan. Also da gibt es Fotos davon, wirklich, das Super-Nikolas im Superman-Super-Nikolas-Outfit. Hat er ja einen Cain. Lass mal wieder zum Thema kommen, danke. Okay, also die Frage war ja, was passiert hier eigentlich so im Sennheiser. Wir waren jetzt nebenbei sozusagen in einem Nebenaspekt gelandet. Ein ganz wichtiger Aspekt sind aber hier auch die Kinder, der Nachwuchs der Hackerinnen und Hacker, der Chaotinnen, wenn man so will. Und gestern war Junghackertag. Und die Podcasterinnen und Podcaster haben... Ja, übrigens auch noch ein Problem. Er heißt wirklich Junghackertag. Ich wusste gar nicht, wie ich das twittern soll, damit man den Hashtag nutzt, den alle nutzen. Wir versuchen ein bisschen was dagegen zu tun, aber wir haben es noch nicht geschafft. Es heißt noch immer Junghackertag. Hast du eine Idee? Du zuckst gerade zum Mikrofon. Junghackende? Ja, man könnte es ja einfach wie die Podcast-Patinnen auch Junghackerinnen-Tag nennen, aber... Ja, ist noch nicht so weit. Leider. Okay. Das kriegen wir auch noch durch. Das ist ein... Irgendwann. Ist das jetzt traditionell eigentlich immer der zweite Tag? Gibt es da eine Regel? Soweit ich weiß, ja. Also solange ich dabei bin, ja. Okay. Und die Podcast-Innen hier haben dann gesagt, okay, wir nehmen diese Idee, dass wir den Nachwuchs irgendwie einführen an und machen selber etwas. Und du, Stefan, schau dich an, du bist nicht nur Podcast-Party, sondern du bist an der Stelle dann auch Podcast-Nachwuchs-Party. Wie heißt das genau? Kids? Elfer. Pottpapa. Pottpapa. Sehr schön. Gut. Also, wir haben gestern uns 12 Uhr Eltern und ihre Kinder abgegeben. Und wir haben die so ein bisschen in Gruppen eingeteilt. Wer ist wir und was habt ihr genau gemacht? Die Nele und wir uns haben noch einige andere unterstützt. Bitte da vielleicht auf die Webseite und auf die nächste Episode verwiesen vom Podcast-Party in den Podcast. Da werden wir das Ganze nämlich auch nochmal im Detail aufrollen, was wir alles gemacht haben und welche Tools da gibt. Das ist die URL auch Podcast-Party. Naja, es ist podcastparty.podg.org. Haben wir das auch? Ja, haben wir das auch erledigt. Und haben die Kids zwei Programmpunkte machen lassen. Der eine Punkt war, durchs Haus gehen und Geräusche aufzunehmen. Und die zweite Geschichte war einerseits ein bisschen Interviewtechniken kennenzulernen und dann das erzeugte Audio auch zu schneiden. Und das haben wir in ganz kleinen Gruppen gemacht. Und das war eine sehr nette Geschichte, weil es eben nicht nur Junghacker waren, sondern auch wirklich Junghackerinnen. Und die Junghackerinnen haben sich da recht geschickt angestellt. Und das waren auch teilweise ganz putzige kleine Mädels, die am Anfang sich gefühlt noch so richtig gefürchtet haben, wir haben da ordentlich Technik aufgebaut, damit es auch noch was gleich schaut. Also mit Audioschnittprogramm, A-Dur und Audio-Interfaces und Headsets und so weiter. Und was man dann auch dabei lernt, diese Headsets, die wir hier alle aufhaben, die sind absolut nicht kindertauglich von der Größe her. Wir haben die dann mit Ductape auf der Schulter festgelegt. Genau, da muss man halt ein bisschen improvisieren. Aber egal. Das hat funktioniert. Dann haben die das aufgenommen, die andere Gruppe der Welt draußen herumgezogen und die haben Geräusche aufgenommen und dann haben sie gelernt, die einfachen Sachen mit den Schnittprogrammen durchzuführen. Und ein Klassiker, das möchte ich vielleicht noch als Episode erzählen, nachdem ein Mädel das ganz erfolgreich gemacht hat und gelernt hat und getan hat, fragt sie mich am Schluss, sie glaubt, dass das in nächster Zeit auch wieder kommen wird, sowas ähnliches. Es war ja schon, dass sie sowas für die Schule machen muss, so Audio produzieren. Muss, ja. Und ob ich ihr da irgendwas empfehlen kann, ein Programm, sodass das am Anfang nicht so schwer ist. Und ich sag drauf, Entschuldigung, du hast das doch gerade gemacht, eine halbe Stunde lang. Du kannst das doch. Nimm doch das Programm, das da ist. Sagt sie, ja, ist eigentlich wahr. Also es war ihr selber nicht bewusst, was sie in der letzten halben Stunde alles gelernt hat. Und dann war so ein leichtes Strahlen, ja, das werden wir so machen. Also das sind dann so die kleinen Erfolgserlebnisse und dann ist jeglicher Stress, den man vorher bei der Orga hatte, vorbei und dann macht man sowas einfach super gerne. Also das war wirklich eine schöne Erfahrung. Es war ein bisschen das Problem, das du schon hier ja jetzt gerade beschrieben hast, mit der Lautstärke, auch mit den Lichtverhältnissen. Also wir sind hier ja im relativ dunklen Raum, der zwar von vielen LEDs erleuchtet ist, aber man sieht gar nicht immer unbedingt die Mimik so gut von den Kids. Und das heißt, da muss man sich auch noch hinbeugen und so. Das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen unnatürlich eher. Aber nichtsdestotrotz, das hat alles ganz gut funktioniert. Und wir haben da acht oder neun Kids gehabt, die am Schluss Spaß gehabt haben mit Audio. Und einige Eltern waren dann auch ganz begeistert. Und die haben wir schon gesehen, also wir haben die Eltern eigentlich weggeschickt. Die sind aber dann gekommen und haben sich in unseren Rücken gesetzt, immer wieder und haben zugeschaut, was denn da so abgeht. Und am Schluss dann an einen Papi mich umgedreht. Und der hackte gerade an seinem Computer rum und sagte ganz stolz, so, ich habe schon alles installiert. Das ist schon die Einstiegshürde. Ist schon geschafft. Genau, ja. Ist das in irgendeiner Weise konserviert worden? Habt ihr den Kindern dann ihre Ergebnisse auf USB-Stick? USB-Stick oder E-Mail wird das dann übersendet. Aber eben natürlich nur an die, die gerade betroffen waren. Da werden wir natürlich nichts veröffentlichen in die Richtung. Aber den Prozess und die Geschichten dahinter kann man durchaus veröffentlichen. Oder auch die Audio-Geräusche, wo keine Menschen zu hören sind, kann man auch veröffentlichen. Und dann wandert auf die Art und Weise, was die Kids produziert haben, bei uns wieder in den Podcast rein. Und warum auch nicht? Und wir werden natürlich eben diesen Prozess vorstellen und die Tools vorstellen. Also wir haben da jetzt auf relativ einfache Sachen gesetzt, wie Audacity, was man unter allen Betriebssystemen verwenden kann, was freie Software ist, was einmal eine Einstiegsdroge sein kann. Und dann sollen sie schauen, wie es weitergeht. Becky, du hast gerade, als es um die Befestigung der Headsets ging, schon den entscheidenden Hinweis gegeben mit Ducktape festgeklebt. Das heißt, du hast dich auch ein bisschen mit um die Kinder gekümmert. Was hast du denn da erlebt? Ja, ich war nur ganz am Anfang dabei, weil die Gruppe dann doch aufgeteilt wurde und gar nicht so viele... Also wenn dann da so zwei kleine Kinder sitzen, die so ein bisschen schüchtern sind und wir stehen da zu zweit neben denen und grinsen sie an und die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. Das war dann auch so ein bisschen... Ich habe gedacht, Herr Stephan macht das so schön mit denen, dann ziehe ich mich jetzt eher zurück. Aber ich war mit ihm am Anfang an der Interviewstation sozusagen und wir haben überlegt mit den Kindern, was sie so für Fragen stellen würden, wenn sie ein Kind kennenlernen, um dann schon mal ein paar Fragen im Kopf zu haben, wenn sie dann hier so ein Mikrofon plötzlich vor der Nase haben. Aber ich verstehe euch richtig, dass die Eltern die ganze Zeit über nicht dabei gewesen sind. Die haben die Kinder auch sehr offen gelegt. Oder waren die fünf Meter Sichtweite und haben beratet? Das ist generell der Modus beim Junkertag. Das wird am Anfang auch so ausgemacht, dass die Eltern weggeschickt werden sozusagen. Die sollen nicht stören, die sollen irgendwie nicht beeinflussen oder sowas in die Richtung. Doch, das kommt immer wieder vor. Wir haben da Erfahrungen und genau deswegen schicken wir sie auch bewusst weg. Also wir versuchen auch immer wieder, Eltern da dort zu bleiben und die, die ganz dringend bleiben wollen, da sagen wir dann, na gut, aber nur, wenn ihr nicht stört und wenn sie dann doch stören. Meistens sind das eh die Eltern, die dann stören, dann schmeißen wir sie auch raus. Weil es sollen halt wirklich die Kinder das Lernerlebnis durchmachen können, unbeeinflusst von den Eltern, dass am Schluss das Bewusstsein da ist. Ich habe das, was ich erreicht habe. Also es geht da sehr viel um Ermutigung, um Enablement und so weiter. Und eben gerade so Geschichten, also wir erleben das auch immer wieder mit den Mädels, die nicht ihr eigenes Potenzial mitkriegen, welches Potenzial sie eigentlich haben. Und wo man dann nachher noch mal sagen muss, ist dir klar, was du jetzt alles gemacht hast, was du alles gerade gelernt hast, was du alles gerade getan hast, welche Schritte du gemacht hast, was du jetzt schon alles kannst. Nachdem hier wahrscheinlich eh einige Leute, die selbst Podcast machen, involviert sind und auch zuhören, sage ich noch ein Beispiel. Thema Kompressor, Audioeffekt eines Kompressors. Mit den ganz Kleinen haben wir das noch nicht gemacht, aber mit der nächstälteren Gruppe haben wir das gemacht und die haben das durchschaut. Und denen war dann vollkommen klar, warum man sowas verwenden will. Und das ist was, also probiere das mal im Schulunterricht. Aber wenn du die Kids so weit hast, dass sie jetzt interessiert sind und dass sie gesehen haben, wie sich da die Hüllkurven von den Audiospuren verändert haben und das erste Mal das gesehen haben, wie sich die Frequenz ändert und so weiter und dann die komplexeren Effekte auf einmal wirklich was bringen im Audio, das macht dann auch ihnen Spaß und dann sind sie auch gern bereit, was Schwieriges zu lernen. Eine Frage eines Kindes ist ja auch, mehrere Väter, glaube ich, sind hier anwesend, aber von einem Kind, das häufig auch immer mal wieder exemplarisch angezogen ist, und wir wissen hier, das ist der Sohn von Nikolas. Hat der auch Missionen, am Podcasting irgendwie teilzunehmen? Ja? Noch nicht gemacht, aber finde ich super spannend. Hatten wir irgendwie dieses Jahr nicht auf dem Schirm, aber haben wir jetzt gerade schon für nächstes Jahr auf jeden Fall notiert. und die Parallelen sind ja, ich würde fast sagen, die Webkicker sind eher versucht, als erstes sofort auf YouTube, auf diese Plattform zu gehen und irgendwelche Let's Plays aufzunehmen. Er hat tatsächlich einen Workshop gemacht, wie man seine eigenen Let's Plays aufnimmt, aber da muss man natürlich, oder finde ich sehr, sehr sinnvoll, irgendwie ein Alternativangebot zu machen, um eben genau dieses Podcasting zu erlernen, relativ früh und da eine Anlage zu schaffen. Finde ich super spannend. Glaube ich, er hätte ja auch wahnsinnig Spaß dran. Was bedeutet dieses ermutige, beziehungsweise dieses Selbstbewusst, also nicht im Sinne von das Selbstbewusstsein stärken, ja vielleicht, aber vielleicht Selbstbewusst werden, das ist ja dieses Doppeldeutige im Deutschen, was der Stefan gerade angesprochen hat, also die eigenen Fähigkeiten, vor Augen zu kommen, zu allen Aha-Momenten zu bekommen, was glaubst du, wie wichtig ist das in der Entwicklung deiner Kinder? Ja, nicht nur in der Entwicklung von Kindern, also ich, wann immer du in Situationen geworfen wirst, wo du im Prinzip keinen Plan hast, und das ist bei mir genauso, wenn ich hier durch die Essendence gehe, das ist halt überall, an jedem Tisch ist ein Experte, der irgendwas macht, ich überhaupt keine Ahnung habe, das ist der Geist dieser Veranstaltung, und du halt irgendwo, irgendwie immer das Gefühl hast, du kannst an jeden Tisch gehen, und du bekommst die Sachen erklärt, die da gemacht werden, das bedeutet mir sehr viel, und wahrscheinlich jedem Besucher hier, weil dieser Geist ist, glaube ich, nur im Kongress so sehr vertreten, den finde ich nicht im beruflichen Umfeld, ja wahrscheinlich nicht mal im privaten, ja in der Intensität wie hier. Das Besondere des Kongress, wir sehen uns jetzt wieder von dem Zentrum und von dem Junghacker-Tag sozusagen, ich hatte ja gerade schon gesagt, das Motto heute ist dieses Querdenken, also wo das Gehirn sich so ein bisschen verdreht, wenn man zum Beispiel sagt, die Insight Area und Broadcasterin, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Hat es Momente gegeben, jetzt in den letzten Tagen, wo ihr so wirklich gestutzt habt, und gesagt habt, oh, da hat sich jetzt in meinem Gehirn aber irgendwas verdreht, ich habe irgendwas Neues kennengelernt, ich habe gesehen, ich habe besonders gestaunt, ich habe irgendwas erlebt, was ich vermutlich, was total überraschend gewesen, was mich umgeworfen hat, und ich habe eingangs schon gesagt, dass ein Podcaster oben die Hand seiner Freundin anhält, das hat mich heute echt aus dem Bagen geschmissen, also das hätte ich nie erwartet, dass ich mich jetzt hier so bin. Björn, hast du irgendein Erlebnis gehabt, wo du sagst, da hat mein Gehirn gezuckt irgendwie? Ja, tatsächlich, und zwar den Späti, und zwar fand ich an dem Späti besonders toll. Was ist das? Erklär das mal allen Norddeutschen oder Süddeutschen am besten. Ich komme ja selber aus Hamburg, ich weiß selber nicht, was ein Späti ist, aber ich glaube, es ist ein Laden, der in Berlin, ja, Roddy, erzählt du es. Ja, das ist eine Berliner Erfindung, das ist die Kurzform von Spätkauf. Im Rheinland würde man wahrscheinlich Bütchen sagen, aber das sind halt Läden, die nach den... Kannst du doch nicht Rheinland sagen und auf Nikolas zeigen. Ich habe da so in die Richtung... Er kommt aus dem Kiosk. Berlin stimmt die Richtung. Also, das sind üblicherweise kleine Läden, die nach den üblichen Ladenöffnungszeiten noch offen haben und vor allen Dingen, wie soll ich sagen, vor allen Dingen Alkohol verkaufen. Und Reisebedarf, wie es so schön an Tankstellen heißt. Ja, aber auch Snacks und so Sachen, wo man, wenn man ein ganz spätes Frühstück machen möchte, irgendwie noch so Schinken, Käse, Butter, Milch und sowas, und diese Spätkauf- oder Spätverkaufsstellen werden üblicherweise als Späti abgekürzt. Das hat sich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so als Kultur entwickelt. Okay, dann zurück zu Björn. Was hat der Späti in dir oder mit dir gemacht? Ja, also zum einen das Sortiment, was die haben. Also, sie haben tatsächlich Zahnpasta. Wo ist denn der denn eigentlich? Der ist auch in der Glaswurst, wie ich jetzt gelernt habe, sie heißt irgendwie. So, und da gibt es oben einen Stand, wo sie sind und vor dem Kongress waren sie hier auch schon unterwegs, hatten sie so einen kleinen Werkstattwagen, wo sie so ein kleines Schild mit Späti dran gebaut hatten und haben da tatsächlich irgendwie, was hattest du vorhin gesagt, Roddy? Der nächtliche... Die Waren des nächtlichen Bedarfs. Ja, genau. Also, und danach, genau. Also, es gab Zahnpasta, es gab USB-Sticks, es gab Netzwerkkabel, es gab Bohnenkamp und was ich besonders gut fand, ist, war der Hinweis irgendwie, dass es in dem Späti selber, wenn er nachher stationär ist, so wie er jetzt ist, im Gegensatz zu der ganzen Musik, die hier so läuft, was ja eher Elektro oder Techno ist, dort wird Punk gespielt. So, und das war... Zur Beruhigung. Ja, genau. So, und das war, was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, weil das kannte ich vom Kongress tatsächlich nicht, dass hier irgendwo öffentlich Punk gespielt wird. Sehr schön. Lars, hat dich irgendetwas sozusagen angeflasht, hat dein Gehirn verdreht, quer gedacht? Ja, es ist schwierig, meinen Kongresseindruck auf einen Punkt runterzubrechen, weil das passiert mir eigentlich ständig. Ich laufe durch die Gegend, schaue nach links, schaue nach rechts und werde einfach die ganze Zeit geflasht. Die Beleuchtung der Glasbrust, die Lakete, die da drin steht, der erste Eindruck, als ich in die Halle, zwei oder was, wo die Assemblyhalle da durchgelaufen bin, wie verwinkelt die wirkt, wie die beleuchtet ist, die einzelnen Tischgruppen und, und, und. Das sind lauter, lauter Einzelteile. Bei den Coffee Nerds bin ich das erste Mal gewesen. Das war schon ziemlich witzig, sich den Kaffee mal so von der Bohne bis zum, ja, bis zum Trick einmal so manuell selber durchzuführen. Das hat sicherlich sehr viel Spaß gemacht und der hat auch wirklich ganz vorzüglich geschmeckt. Da werde ich vielleicht tatsächlich auch mal so eine Presse haben, aber ich könnte jetzt nicht sagen, irgendwas hat mein Gehirn verdreht, weil das rotiert eigentlich die ganze Zeit. Okay, wer dagegen wahrscheinlich komplett immun ist, ist jemand wie Roddy, der jetzt zum, wie viele Male beim Kongress ist? Ich habe nicht genau nachgezählt, aber es müsste so ein Dutzend gewesen sein. Ja, da könnte ja eine gewisse Gewohnheit eintreten und eine, sagen wir mal, eine Immunität. Passiert dir trotzdem der Moment, dass du sagst, ups, damit habe ich aber nicht gerechnet? Ja, da war gestern eine Veranstaltung, der Chaos Communication Choir. Da wurde zwei Stunden lang, wurde da tatsächlich ein Chorstück geprobt, das hinterher auch in der Filmmusik von dem All Creatures Are Welcome Film sich wiederfinden wird. Das ist ein Film über den Kongress. Nun, den Kongress, nicht den Chaos Communication. So genau weiß ich es nicht, aber ich glaube über den Kongress... Viele Aufnahmen hier gemacht, obwohl das Film normalerweise ja nicht so gerne gesehen wird. Ja, also einerseits finde ich schon seit Jahren so gemeinschaftliches Singen fehlt auf dem Kongress noch komplett. Ich weiß aus anderen Erfahrungen, dass es Core-Nerds gibt, die Hackern in nichts nachstehen. Und gleichzeitig war das insofern auch spannend, weil die ganze Veranstaltung fing so an und ich dachte innerhalb den ersten paar Minuten, oh mein Gott, das wird nie etwas. Das wird nie etwas. Aber nach zwei Stunden war da ein... Zumindest Teile dieses Stück waren aufnahmefertig und abgedreht im Kasten und das hat wirklich, wirklich gut geklungen und das war... Das war schon sehr intensiv und hat mich echt von den Socken gehauen. Habt ihr gestern einen Tweet gesehen von einem Flashmob, wo das hier in diesem Treppenhaus gesungen wurde? Genau, das haben wir im Abschluss sind wir dann raus und haben das nochmal im Treppenhaus gesungen. Und ich kann dazu beitragen, das war Gänsehaut. Also das, was Roddy eben gesagt hat, ich war auch dabei. Hab mitgesungen? Ja, ich hab auch mitgesungen. Ich bin einer von denen, die nicht singen können. Jeder kann singen, es gibt halt viele Unterschiede. Und es gab tatsächlich so Momente, wo wenn dann so viele Leute so spontan so zusammenkommen, also mir ist da wirklich die Gänsehaut drauf und runter marschiert. Das war wirklich großartig. Und dann tatsächlich auch noch da in dem Treppenhaus zu stehen und dann, das war ja auch nur eine ganz spontane Idee. Wir sind rausgegangen und haben gesagt, irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Wir können doch jetzt nicht hier einfach auseinander gehen. Und dann meinte jemand, ja los, raus, singen. Und dann haben wir uns da im Treppenhaus verteilt erst so, die stimmen alle zusammen und dann auch nie, lieber doch nicht. und dann ging das irgendwie auseinander. Plötzlich fing jemand an zu singen und der ganze Chor sang mit. Das war großartig. Also ich fand es toll. Du musst ja vielleicht dazu sagen, das ist so eine Art Atrium über drei Etagen. Ja, genau. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hoher, freier Raum und der hat dann auch verschieden. Hallig? Ja. Das unterstützt dann das Ganze. Ja. Ja, also ich habe, glaube ich, getwittert, ich habe gesungen. 34 C3 und das war großartig. Super. Nikolas, hast du einen Moment gehabt, wo du sagst, das hat mein Gehirn irgendwie verdreht? Schwierig, einen Moment rauszugreifen, ist natürlich immer so dieses Auftanken am Ende des Jahres, nochmal gerade nach so einem Jahr und zwar von 2017 und dann hier diese vier Tage gesellschaftliche Utopie zu haben, tut gut, tankt gut aus für das nächste Jahr und wenn ich dann einen Moment rausgreifen möchte, dann tatsächlich gestern an der gleichen Stelle, Stefan Schulz hat gesagt, bisher haben wir immer so gesagt, okay, die vier Tage sind vorbei, jetzt ist leider wieder das wahre Leben und er hat ganz richtigerweise gesagt, es hört eben nicht auf, es ist Teil der Gesellschaft und mit dieser positiven Aussicht auf 2018 war ich hier eigentlich wieder weg, entbindet uns nicht von der Pflicht, weiter zu kämpfen gegen die Entwicklungen, die gerade schief laufen, aber gibt halt auch unheimlich viel Kraft zu sehen, das hier ist nicht nur eine Utopie, sondern das ist real und zwar eine starke Realität. Hier sind 15.000 Leute, die hier anreisen und oder ich weiß nicht, wie viele Leute, das ist jetzt nur so eine Zahl, die sich sehr kreativ erschaffen und in dieser Kreativität liegt einfach eine ungeheure Stärke und eine viel größere Macht als in der Macht von diesen ganzen Menschen, die draußen einfach nur diese Wut und Hass säen und mit dieser Erkenntnis dass das nicht zu Ende ist nach vier Tagen, damit fahre ich wieder nach Hause und das wird mich durch 2018 Das heißt den Ausspruch temporäre Utopie, der eingangs von Tempo hat die Welt und die Wutstufu gar nicht teilen? Nö, wie gesagt, da bin ich eher auf, also hat mir halt gestern so ein bisschen die Augen geöffnet von Stefan, der eben sagt, das ist eben nicht nur temporär, sondern das ist sehr, sehr real. Die Menschen sind nicht nur für vier Tage hier, die sind die ganze Zeit Teil unserer Gesellschaft und diese Gedanken und diese Kreativität ist die ganze Zeit da und deswegen, nee, glaube ich nicht, dass es temporär ist, es ist eine sehr, sehr mächtige Kraft und ein ganz mächtiger Teil dieser Gesellschaft, der mir Hoffnung gibt. Schöne Worte. Stefan, kannst du das teilen? Absolut. Nimmst du auch diese Kraft oder dieses Gefühl mit nach, wirst du das mit nach draußen nehmen, kannst du das schon abschätzen? Ähm, ja und vor allem auch die Motivation, um wieder zurückzukommen auf die Schweinehunde, den inneren Schweinehund weiterhin zu überwinden? Was ja sehr schwer ist, es ist ja sehr schwer, sich selber, also es ist leicht, sich Ziele zu setzen oder man kann leicht sagen, wie es am besten sein soll, es ist der Weg, den Weg zu gehen, das zu umzusetzen, das ist, um die Disziplin auch vor allen Dingen zu haben, gegen, ja, andere. Und die Leute, die wir hier kennengelernt haben jetzt in den paar Tagen, die gibt es ja nachher draußen auch in der Gesellschaft und man kann ja zu denen auch connecten und zu einigen tun wir das ja auch, entweder über das Internet oder über andere Veranstaltungen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt ein Jahr warten müssen, bis wir die Menschen wieder connecten dürfen. Also ganz so schlimm ist es ja da draußen nicht. Nein, nein, da gibt es ja die sozialen Medien beispielsweise, die uns ja sozial verbinden können und ich habe auch schon von einigen Leuten hier rundherum eben schon mitgekriegt, wie auch von den Kids, dass die jetzt halt neue Projekte haben daraus und neue Ideen haben und Ziele haben und Spaß an neuen Dingen gewonnen haben und ich finde es auch ganz wichtig, was der Nikolas vorher gesagt hat, mit dem ja, dass das eben nicht nur für die Kinder wichtig ist, was zu lernen, sondern auch für uns Erwachsene. Ich laufe hier mit einem Blinky vor mir herum, ich habe in den letzten drei Wochen löten gelernt. Das heißt, du hast einen Anhänger um den Hals hängen, das ist von der Grundform her so etwas wie ein Tannenbaum, das ist aber eine grüne Platine, auf der verschiedene Elemente aufgelötet sind und hinten ist eine dicke Batterie und vor allem, dass man eben sieht, sind sechs im Wechsel aufleuchtende LEDs. Ziemlich filigran das Ganze. Genau. Und das hast du selbst gelötet? Das habe ich selbst gelötet und das kann jeder andere natürlich und jede andere auch. Aber du hattest Löterfahrungen im Vorfeld? Nein, hatte ich nicht. Erstes Mal gelötet? Also das war glaube ich der dritte Bausatz oder der vierte oder so. Aber innerhalb von drei, vier Wochen das Ganze dann gemacht. Also wir können alle dauernd was dazulernen, wir können alle uns dauernd neue Ziele, neue Projekte machen und so mit den Ingredienzien Podcasts, also Audio plus Lämpchen, dann lässt sich doch sicher auch noch irgendwas machen. Wenn ich hier in die Assembly schaue, es gibt ein paar Lads, vor allem bei euch hier am Tisch. Aber da geht noch was. Ja, nicht da geht, da kann man noch mehr machen. Vielleicht bringt der Gier nächstes Jahr etwas mit. Vielleicht hat ja auch etwas ihr Gehirn geflasht, eine LED oder eine andere Lampe. Hast du etwas erlebt in den letzten Stunden, wo du sagst, oh, überraschend? Was heißt überraschend? Also ich glaube, das, was ich immer noch lernen muss zu verstehen, ist, dass ich hier Menschen treffen kann, die man so aus dem Internet kennt, die irgendwie meinen Aktivismus total geprägt haben mit Ideen, die die so verbreitet haben und mit Dingen, die die gemacht haben. und dass ich dann zum Beispiel einfach an Tag 1 eine Person anschreibe, die hier einen Talk gehalten hat, ob die nicht mit mir sich hier am Sendetisch sitzen will und einen feministischen Jahresrückblick mit mir machen und die sagt einfach ja und kommt her und setzt sich hier mit mir, kleiner Podcasterin, die ihre vierte Folge hier auch irgendwie hin, so und dass das irgendwie total Kongress ist einfach, dass sowas verschwimmt und man sich einfach so trifft und noch ganz anders kennenlernt als nur mit, ach, das ist dieser Account auf Twitter, dem ich schon ganz lange folge und von dem ich alles lese und jetzt ist da halt so ein Mensch dahinter und die hat auch noch Lust, mich kennenzulernen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen mein Punkt grundsätzlich, wenn ich irgendwo hinfahre und nicht umsonst sind fast alle meine Podcast-Projekte irgendwelche Klein- bis Großgruppenprojekte, also ja. Okay. Ja, ich danke euch ganz herzlich. Ich glaube, jetzt hat jeder seine kleine Hirnverdrehung genannt. Habe ich eine übersehen? Habe ich etwas die Übersicht verloren? Nee, hat jeder, glaube ich, sein Gesetze. Ich danke euch ganz herzlich für diese Runde, die wir hier am dritten Tag, das ist 34, 33 im Sennigarten, oder im Spezial-Sennigarten gehabt haben. Tolle Geschichten und viele Einbrüche. Ich hoffe, allen, die jetzt zu Hause sitzen und nicht am Kongress selber teilnehmen, ist seit dem Glück ein bisschen klarer geworden, was hier getan wurde, um was es hier geht, welcher Spirit hier herrscht. Und ihr natürlich seid, wir sind alle irgendwie Konsumenten, aber eben auch Produzenten, und zwar im Geben und Nehmen gleichzeitig. Ganz herzlichen Dank euch. Vielen Dank. Ja, danke dir. Danke dir. Ciao. Und wenn ich es jetzt richtig mache, dann gibt es nochmal den Song. Da ist er. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Und damit beenden wir unsere Spezial-Angebote vom 34C3-Sennigarten vor Ort. Demnächst wieder reguläre Folgen. Zum 38C1-Manns. com